Borussia Mönchengladbach verlor gegen den FC Bayern München klar mit 1 zu 5, auch in der Höhe eine verdiente Niederlage. Die lange Zeit zur stabilen Abwehr schwächelt momentan, seit vier Spielen gab es keinen Sieg mehr. Trotzdem gibt es noch keinen Grund zur Panik. Ich kann versprechen, dass wir mutig sein und nach vorne spielen wollen, sagte Gladbachs Trainer Dieter Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. Wir müssen vor allem wieder über die volle Spielzeit konsequent verteidigen und vorne wieder Effektivität an den Tag legen. So wie im Hinspiel, als die Borussia defensiv sicher stand, vorne eiskalt zuschlug und am Ende mit 3 zu 0 gewann. Anders als in den vorherigen beiden Heimspielen, als es gegen Hertha BSC VfL Wolfsburg jeweils eine 0 zu 3 Niederlage setzte. Doch daraus wurde nichts. Wenn man gegen Bayern München nach 2 Minuten 0 zu 1 hinten liegt, dann ist das anders als man es sich vorgestellt hat. Wir sind die Bayern dann viel höher angelaufen und dadurch ein viel höheres Risiko gegangen als wir eigentlich wollten, musste Hecking nach dem Abpfiff und der Klatsche im Borussia-Park eingestehen und traf es damit auf den Punkt. Die Fohlen pressten die Münchner oft sehr hoch, der Ertrag war aber höchstens mal ein Fehlpass der Bayern ins Aus. Zumeist aber befreite sich der Rekordmeister und nutzte den sich bietenden Platz gnadenlos aus. Gladbach ließ den Bayern zu viel Platz, wie hier bei Lewandowskis 1 zu 3 schon vor dem 0 zu 1, das Ravi Martinez in der zweiten Minute erzielte, hatte Robert Lewandowski eine Großchance, die einen normalerweise nicht ungenutzt lässt. Beim Tor selbst verschaffte sich Martinez mit einem Stoßen gegen Nico Elwedi möglicherweise unerlaubt Platz, doch auch nach Überprüfung des War wurde dies nicht als Foulspiel gewertet. Es passt zur derzeitigen Situation um Nico Elwedi, der momentan einen kleinen Hänger hat. Mr. Zuverlässig titelte die Gladbacher Stadion-Zeitung Fohlen-Echo über einem Artikel in Bezug auf Elwedi. Nach wie vor ist daran auch nichts auszusetzen, 95% Passquote sind's der beste Wert der Bundesliga, mit 61,7% gewonnenen Duellen ist er der beste Borussen-Zweikämpfer Und der erste Schweizer hat mit seiner Abgeklärtheit, die er sich in 99 Bundesligaspielen angeeignet hat, schon so manch brenzlige Situation bereinigt. Doch schon vor einer Woche gegen Wolfsburg unterlief ihm ein folgenschwerer Pazer beim 0 zu 2 durch Admir Mimmedi, auch in seinem 100. Bundesligaspiel gegen die Bayern war Elwedi nicht immer sicher und leistete sich zum Beispiel kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit einen kapitalen Feldpass, der beinahe schon das 1 zu 3 bedeutet hätte, welches kurz darauf trotzdem fiel. Das trifft aber auf die gesamte Gladbacher Abwehr zu, die dem FC Bayern einfach viel zu viele Räume ließ. Es war vor allem Torhüter Jan Sommer zu verdanken, dass die Gäste zur Pause nicht schon mit drei oder vier Toren vorne lagen, sondern lediglich mit einem. Seit 2013 gibt es den Expected Goals-Wert, noch nie war dieser für eine Mannschaft so hoch wie für die Bayern in Mönchengladbach, 5,7%. Es war ein, auch in der Deutlichkeit, hochverdienter Sieg für die Münchner. Die Gladbacher haben damit jetzt seit vier Partien nicht mehr gewonnen, drei davon verloren und insgesamt zwölf Gegentreffer kassiert, zuvor waren es in 20 Begegnungen 18. In den vergangenen drei Heimspielen trafen die Gegner elfmal, in den neun zuvor musste Sommer lediglich dreimal hinter sich greifen. Dass das natürlich viel zu viel ist, weiß auch Dieter Hecking. Wir brauchen die defensive Stabilität wieder, forderte der Coach nach der Pleite am Samstagabend. Durch die Niederlage ist der VfL auf Rang 4 abgerutscht und hat nur noch drei Zähler Vorsprung auf Eintracht Frankfurt, die Champions League gerät allmählich in Gefahr. Für Panik ist es am Niederrhein aber definitiv noch zu früh, das Restprogramm hat auswärts noch einige Abstiegskandidaten parat, die nominell schwierigeren Gegner kommen alle in den Borussia-Park, der trotz der Niederlagen zuletzt eine Festung bleiben sollte. Ein Sieg am kommenden Samstag in Mainz und die Welt ist wieder in Ordnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017